Norddeutscher Rundfunk 2021 Drei Mäste 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 Klini Mäste Ihr bitten nicht darüber fahren Dann ist das Geschmack Der Der Die Pist Das ist vielleicht ein bisschen hier Du lässt ja Das ist so, dass ich die Luftkraft nicht mehr auf kann Das war's für heute. ARD Text im Auftrag des WDR Ja, liebe YouTube-Freunde, was machte der Bauer Ausi? Ja, wir sind, drei Tage wollten wir Skifahren in Grindelwald. Am zweiten Tag an der Lauberhorn-Abfahrt passierte es, der Ausi stürzte schwer. Ich war circa fünf Minuten bewusstlos und wurde mit dem Helikopter ins Spital in den Lacken geflogen und war dort 24 Stunden unter Beobachtung. Zum Glück ist alles gut gelaufen, es geht mir gut, aber die Skiferien sind natürlich im Eimer und ich bin wieder zu Hause. Mein Ski-Helm hat mich vor einem Schädelbruch bewahrt. Hier sieht man eine Delle, das geht ja noch, aber hier hinten ist der eingerissen und der Riss geht bis hier hinauf. Und wenn man im Helm innen schaut, das sieht man jetzt schlecht, ist alles gerissen. Das war mein Lebensretter, der Red Ski-Helm 13. Let's get in! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.